Wolpertshausen und die wunderbare Rettung einer alten Schweinerasse Wolpertshausen ist eine 2000-Einwohner-Gemeinde knapp 20 Kilometer nordwestlich von Schwäbisch Hall. Wolpertshausen liegt oben, genau gesagt 439 Meter über dem Meeresspiegel. Sowohl vom Kochertal als auch vom Bühlertal sind fast 200 Höhenmeter zu überwinden hoch auf die Ilshovener Ebene. Dort durchschneiden geradlinige Straßen und Wege die oft riesigen Felder, die von immer größeren, respekteinflößenden Maschinen und immer weniger Menschen bearbeitet werden. Ziemlich am östlichen Ortsende von Wolpertshausen liegt der Sonnenhof, ein weitausladender imposanter Fachwerksbau, seit Jahrhunderten der Hof der Familie Bühler und Schauplatz einer Hohenloher Erfolgsgeschichte, der Geschichte der Wiederentdeckung und der Rettung des hellischen Landschweins. Diese robuste Schweinerasse mit dem typisch schwarzen Kopf und Hinterteil wurde Anfang des 19. Jahrhunderts unter König Wilhelm I. eingeführt. War sozusagen jahrzehntelang ein Erfolgsmodell mit Marktanteilen von damals bis zu 90%. Aber dieses Schwein verschwand nach und nach, wie viele alte traditionelle Rassen und auch Pflanzensorten. Vordergründig ertragreichere Züchtungen waren angesagt. In den 1980er Jahren dann beginnt die Geschichte der Wiederentdeckung dieses hellischen Landschweins. Sie beginnt damit, dass Rudolf Bühler, Spross des Wolpertshausener Sonnenhofs zurückkommt nach sechs Jahren Entwicklungshilfe in aller Welt. Vielleicht dadurch sensibilisiert dafür, was alles schief läuft in der modernen landwirtschaftlichen Massenproduktion, macht er ausgerechnet im heimischen Schweinestall eine Entdeckung. Als ich dann zurückkam im Herbst, Winter 83, da gab es auf dem Hof noch eine einzige hellische Sau. Und das hat mich schon sehr nachdenklich gestimmt, dass diese alte Landrasse mit ihren besonderen Eigenschaften und diese Eigenschaften, die sind ja gerade für den ökologischen Landbau auch sehr, sehr wichtig. Nicht nur, dass wir ein Gourmetprodukt haben, sondern diese Genügsamkeit, diese Vitalität. Das sind ja alles Dinge, die ganz, ganz wichtig sind im ökologischen Landbau. Dass diese alte Rasse, die über Generationen von Bauern gezüchtet wurde, plötzlich nichts mehr wert sein soll. Das ist doch eine Frage von Agrarkultur, von Ressourcen. Heute sagen wir auch, das ist eine Frage von Biodiversität. Der Sonnenhof in Wolpertshausen, also als Keimzelle für ein Experiment mit offenem Ausgang. Das war eigentlich jetzt der Neubeginn, dass ich unseren Hof dann zu einem Asyl für die Restbestände der hellischen Schweine umfunktioniert habe. Und dann, ich weiß noch genau, am 11. Januar 1984 kam dann eine Tierzuchtkommission aus Stuttgart. Na ja, und dann haben sie doch von diesen zwei Dutzend Tieren sieben als reinrassig akzeptiert und anerkannt. Aber dann tatsächlich eine schier unglaubliche Erfolgsgeschichte. Heute haben wir wieder 3500 Muttersauen, hellische Muttersauen auf unseren Höfen. Und eine ganz ansehnliche Fleischproduktion. Also rund 70.000 Mastschweine werden pro Jahr von uns in unserem Erzeugerschlachthof geschlachtet und vermarktet nach ganz Deutschland in die Gourmetempel, in die Feinkostläden, in gute Fachmetzgereien. Das hellische Landschwein steht heute weit über Hohenlohe hinaus für Eigensinn und Mut und den Willen, sich nicht den Marktmechanismen einer globalisierten Landwirtschaft zu unterwerfen. Und vielleicht gründet diese Haltung auch in der Landschaft, die den weitgereisten Rudolf Bühler geprägt hat. Das ist immer schon Wesenszug von uns Hohenloher Bauern gewesen, dass wir uns relativ früh aus der Knechtschaft befreit haben. Diese Bauern, das hat man Haufen genannt, nicht? Und die Bauernführer sind berühmte Leute bis heute. Und die Hohenloher Bauern haben dann nie mehr sich knechten lassen. Und das prägt natürlich. Vielen Dank. Vielen Dank.